hallo und herzlich willkommen zurück zu the witcher 3 mein name ist sinui wir sind immer noch auf der suche oder unterstützung für die schlacht für kermorhin jetzt bin ich mal gespannt wer essen jetzt hier hier ist keiner mehr hier unten die aus schölkraut extrakt ihr helfen aber hier hinten war doch irgendwo ein eingang gewesen für die leute die wir haben noch zwei hier unten drunter gewohnt genau hier sie ist nicht gut aus der rum den du erwirbst wird nie verpassen der sich gleich aus okay da sitzt da ja irgendwas da gibt es hier drüben hier so oder ein weg und der weg geht der die wilde jagd wird kermorhin bald angreifen ich brauche deine hilfe die wilde jagd bist du sicher dann weißt du wo sie riecht ja ich weiß es und die wilde jagd wird es auch wissen sobald ich sie gefunden habe verstehe ich werde sofort packen und spätestens morgen aufbrechen danke keine ursache ich habe das mädchen großgezogen und bin ihr immer noch verpflichtet wir sehen uns in kermorhin okay dass die ist nicht erwartet ich werde ich eher gedacht haben sich danach verzieht alles krone zu erinnern dafür dass es jetzt dass wir eigentlich nicht so mit den kooperiert hatten kooperiert so müssen wir jetzt hin ja auf nachkehrt rolle da denke ich mal wird es ja doch langsam auf dem ende darauf zu gehen ich glaube ich habe schon mal geguckt ist noch ist noch ein paar quests oder noch behaupten fest noch zu erledigen aber halt wie die ganzen leben quests und so das habe ich ja eigentlich alles schon war wie einiges schon macht nicht alles aber einiges wache des klaren sprich mit kracht und ziri zuerst die die mir halt zuerst über weg läuft war du hast keinen respekt vor unseren bräuchten ich sag's dir seit du und jall mal den eisriesen besiegt hat sehe ich dich als einen der unsregen sehe ich wie ein skelliger aus du hast das herz eines angräbern brauche ich deine hilfe es fällt mir nicht leicht aber ich muss dich um einen großen gefallen bitten worum geht es mein freund ziri ich weiß wo sie ist leider wird es die wilde jagd auch wissen sobald ich bei ihr bin sie wird uns verfolgen angreifen und wir müssen mit aller härte zurückschlagen kann ich auf dich zählen erst die schwarzen jetzt erscheinungen so ist das leben bring sie hier und wir stellen uns ihnen im kampf ich kann das leben deiner männer nicht riskieren wir können sie nur in kermorhen bekämpfen kermorhen ist hunderte meilen weg eine armee dorthin zu bewegen würde wochen dauern die inseln werden nilfgards angriffen ausgesetzt gerald verzeih mir aber das kann ich nicht machen das verstehe ich ich werde deine zeit nicht länger in anspruch nehmen leb wohl machte ich lasse dich nicht mit leeren händen bilden ich werde helfen so gut ich kann komm mit ich wollte gerade sagen gerade der hätte uns da eigentlich helfen müssen auch jetzt über das so eine handwerkskunst du hast einen talentierten schmied nicht ich könig erlend an kräht erlend steinfaust das ist also winterklinge ich dachte sie wäre eine legende in marakam geschmiedet in drachenfeuer gehärtet sie befindet sich seit jahrhunderten im besitz der an kräht und jetzt gehört sie dir okay danke das ist bestimmt nicht leicht für dich umso mehr weiß ich es zu schätzen möge es dir gute dienste leisten schick diese geister dorthin zurück wo sie hergekommen sind genau das habe ich vor leb wohl ich möchte mir gerne erst mal das schwert mal angucken ist so ein scheiß wirst du was den kannst behalten hier wo bist du eine stahlwaffe ein relikt nach wirst du was ich werde zwei tagen ist ja bloß eine humanoide waffe die erfahrungspunkte hey dafür dass sie mir nicht hilft also eigentlich von die die ich erwartet habe die mir helfen die helfen mir nicht und von denen die ich dachte die helfen mir nicht die helfen mir da komme ich eigentlich hier und höre glaub ja und die verlauf die knie nur weil du einen riesen getötet hast haben sie dir den arsch nicht eingeschmiert ja ja durch jeden noch ah dreckiger ochse du mich auch mach keinen ärger sonst kriegst du es mit mir zu tun freunden zeigen mir das herz so wird die mir helfen oder hilft mir nicht er als die hätte volles kinder zu eure königliche majestät könnte ich euch kurz sprechen lass das gerald ich bin dasselbe mädchen wie früher außer dem titel hat sich nichts geändert ach oder dann ich habe etwas ernstes zu besprechen ich brauche deine hilfe was ist denn krach hat dir von ziri erzählt ganz bestimmt hast du sie gefunden ja noch nicht aber fast aber sobald ich bei ihr bin wird uns die wilde jagd finden und zwar schnell darum will ich sie nach kermorhen bringen und die jagd dort bekämpfen ich suche nach verbündeten ich kann die insel jetzt nicht verlassen unmöglich aber ich kann dir meinen besten krieger mitgeben chalma denkst du er wird mitkommen ganz sicher ich glaube er wird sich sehr freuen du kennst ihn doch ja ich glaube schon danke er wird sehr tapfer sein und hoffentlich auch hilfreich viel glück sprich mit jama sprich mit jama das ist doch schon mal nicht schlecht wenn sie nicht mitkommt sehe ich einen aber der vater eigentlich hätte ich da bist du mit jama ich komme sofort mit ich komme sofort mit er hat er hat ja schon mal nicht schlecht war volles haus ich glaube volles haus ist das nicht ich glaube volles haus ist das nicht ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin da hin und rote sind doof eigentlich hier wolfsliber oder wie ist das weg halt was habe ich hier gemacht Fackeln hatte ich da unten drin ach klar wo ich besoffen war stimmt war das das letzte video als vorletzte so jetzt wären wir schon mal soweit jetzt frage ich mich erstmal warum begib dich auf ein boot aha ok ha hier sind liegen boot halt an aber wo ist das die nebelinsel hier sowas so eine kleinere insel ok auf dem boot ach hier das kann ich aber immer zeigen habe ich letztens bloß herausgefunden ich habe auch immer gedacht man muss immer runter reiten das wäre überslang und bla bla wie kommen die ganze menschen muss immer da unten hin aber wenn man jetzt hier weiter runter geht haben die hier dass der aufzug gestern stecken geblieben ist haben die hier einen aufzug so wir rufen den mal jetzt kommt was hoch das ist eine aus dem aufzug fällt was dauert eigentlich sehr relativ lange das wollte ich schon aber es wollte sein eigentlich umher umgelegt zeigen nicht kamen ab chillen so zack jetzt kommen wir drauf und drücken auf benutzen und fahren wieder runter und haben einen wunderschönen ausblick exe eine wand so fährt man nämlich auch runter so auch nur vorsichtig sein ich hätte mich nämlich fast bewegt wenn ich den falschen Stick nimmt schreibe ich kann mich nicht bewegen ah ok so auf zum boot die prüfen sich auch noch ja Wer ist das? Da weiß ich Soll diese Schwert Aber ich sie meine Schwer Anschlagbrett Aber wir haben keine Zeit Sind sie Das bin ich mal gespannt Wenn wir jetzt einfach in so ein Boot springen Oh Ich frage dich dumm Wir nehmen das Boot hier drüben So Reise zur Nebelinsel 2000 Meter Mal gucken Wo die Nebelinsel ist Ist ja und weg Ok Kann ich nicht genau Wie kann ich das schnellreise machen Da sind wir nicht schon ein ganzes stückchen näher dran Als wir jetzt hier noch die 2000 Meter hier rumsegeln Ach da oben drin oder wie Ach du liebe große Scheiße Los Das gellige Und weg Ich hätte eigentlich gedacht Das ist nach unten Oder für Zug und Weg dazu gehört Und nicht Dass es eine eigene Insel ist Ich frage mich eigentlich gerade Wie komme ich überhaupt da hoch Müsste ich da nicht eigentlich hoch und weg fahren Mal sehen Ok Aber neblig ist die Insel Ist nicht so Bis jetzt Hier vorne ist bisschen Ok Hier wird der Nebel immer ein bisschen mehr Nebelinsel Ich komme Ich komme Oh ja Kann ich irgendwo anlegen Achtung Ich war hier jetzt ein spiel Du näherst dich an den zentralen punkt der spielgeschichte und solltest den spielstand jetzt nur manuell speichern Ok Nach der reise zur nebel in manchen dem quest nicht mehr verfügbar Empfohlene charakter schule 22 oder höher Ok Ha Ach Der links Ok Der Fluch Der auf Uma lastete Er wies sich als knifflig Doch Yennefer und die Hexer schafften es ihm beizukommen Der hässlichste Mann der Welt Er wies sich nicht nur als elf Sondern als elfischer Wissender Avalach So hieß er War ein Elfenmagier Der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen Und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte Hm Ok So hieß er 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 Überrasch Dei So hieß er So hieß er So hieß er Okay Die hat fast mehr Brut kaputt gemacht Diese blöde Ziege Weg hier Dahin leuchtet auch nichts Okay, raus hier Hier erstmal einsammeln Ich würde eigentlich liebsten schon mal mein Schwert ziehen Guck mal, ja, ja Ach, du Ficker Jetzt reicht's Komm schon Mach's das? Scheint so Gut Ich höre noch sehr, sehr viele Kreaturen hier Ich tue mich mal kurz heilen Oh, ein Haus Ich sollte reinschauen Abgeschlossen Verschlossen Ist da jemand? Verdammt Ich will nichts Böses Bitte aufmachen Du hast unsere Deckung auffliegen lassen Wer bist du und was willst du? Ich werde Geralt genannt Und wer seid ihr? Das ist der Hexer Habt mir beinahe über ihn und diese Zauberin gehört Wie war noch ihr Name? Sei still Jenefer Die Zauberin heißt Jenefer von Wengerberg Ja, genau Ihre Augen schleudern Glitzer Ihr Herz gleicht einem Eisberg Ähm, wie ging's noch weiter? Mein Bart meiner Mutter reißt euch zusammen, Juf Oh, drei Leute Du, da warst du vor der Tür Geralt, richtig? Ja Ja, Geralt Hör zu, Geralt Gumm wie zusammen Wir haben Schiffbruch erlitten Besten aus den Tiefen haben unsere Folge verschlungen Und der Rest hat hier Unterstuf gefunden Ist aber nichts Besonderes Auf der Insel lauern viele Gefahren Aber das dürfte erklären, warum wir misstrauisch sind Ihr müsst euch vor mir nicht fürchten Sprach der Fuchs zur Gänse Schar Ich habe schon zu viele Kameraden verloren Das kann ich nicht riskieren Wenn ich eure Kameraden finde, glaubt ihr mir dann, dass ich euch nichts tue? Ja, aber das wird nicht einfach Wie viele sind es? Drei Evo Gaspard Und Fereng Dieser Evo Wo soll ich nach ihm suchen? Der Teufel hat darauf bestanden, die Höhlen im Osten zu erforschen Ich wollte ihm die Idee aus dem Kopf schlagen Fließig nicht umstimmen Mhm, okay Gaspard Wo finde ich ihn? Er sagte, es sei schwachsinnig auf Rettung zu warten Wir sollten was unternehmen Oder zumindest er würde es tun Angeblich hatte er ein Licht draußen auf dem Meer gesehen Und wollte auf den wüsten Gipfel klettern, um nach Schiffenausschau zu halten Mhm Wo ist Fereng hingegangen? Nach Westen Auf der Suche nach einem Schiff, das angeblich dort sein soll Fereng, er ist da Geschickt Er dachte, er könnte separieren Seetauglich machen Na gut Also gut Mal sehen, ob ich alle drei finden kann Bis dann Ich bin froh, dass du Verständnis hast Ja gut Dann sage ich erst mal Tschüss Und bis zum nächsten Mal Lasst dich gut gehen Haut rein Tschüss